Hallo und guten Tag, mein Name ist Martin Dreher und ich möchte Ihnen heute wieder etwas Neues aus dem DFDA-Technologiezentrum für den Flexodruck oder den Verpackungsdruck präsentieren. Im Kern geht es um die Schwierigkeiten, dass man die Diskrepanzen zwischen Farbmessung und Farbwahrnehmung ohne solche Hilfsmittel wie so eine Beleuchtungskabine nicht gut erklären kann. Das will ich hier mal verbessern. Beiläufig kann ich aber auch den Effekt der Metamerie hier mal ganz gut erklären. Wir sehen hier außerhalb der Kabine betrachtet so einen Streifen von der Ugra mit Grüntönen, die eigentlich identisch aussehen sollten, aber wir sehen jetzt hier krasse Unterschiede. Aber das ist ja auch außerhalb der Kabine. Jetzt gehen wir mal in die Kabine. Da herrschen im Moment D50-Bedingungen und... ... ... ...